Hallo Thüringen, hallo Zäulenolder. Noch stehen wir in dem etwas schattigen Beckum. Wenn wir bei euch am 28. Juli sind, dann wird es bestimmt wärmer. Und zwar sind wir nämlich dann auf der neuen Seesternpanoramabühne. Hör mal, da werden wir Ameisen am Horizont sein. Das hört sich so groß an. Wir sind sehr aufgeregt und sehr gespannt. Aber freuen uns. Ja, wir freuen uns dazu. Bis dahin wiedersehen. Tschö.